Hallo, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie sie Blender einstellen können, um später einfach auf ihre Wünsche anzupassen. Also Blender haben wir schon gestartet und wir wollen einfach zeigen, wie sie einfach einstellen können. Dann gehen wir auf Datei und dann können sie hier benutze Anstellungen drücken und da können sie einfach zum Beispiel die Anzeige einfach die Anzeige von der OPEB-Fläche einfach einstellen, wie sie wollen. Und sie können auch die View-Manipulation einfach auch einstellen. Wir beginnen einfach hierhin. Also ToolGISP haben wir ein Häkchen drauf gemacht. Es bedeutet einfach, wir wollen einfach die Sachen sehen und hier bedeutet einfach, wir wollen einfach nicht nur die Sachen sehen, sondern die Referenzen auch. Und wir wollen auch die Objekte einfach sehen, also zum Beispiel Name und Bildnummer einfach in 3D-Ansicht einfach sehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, unsere Mauszeiger einfach zu vergrößern oder zu verkleinern oder normal. Momentan habe ich einfach auf normal gemacht, aber wenn ich größer machen möchte, dann drücke ich einfach, ich mache ein Häkchen einfach da drauf und dann wird es einfach groß angezeigt. Aber wir lassen momentan, wo es ist. Und hier mit Ansichtnamen wird einfach die Ansichten einfach in jeder 3D-Ansicht angezeigt und von daher sehr schön. Und hier wird einfach die Frequenz des Bildes einfach gezeigt. Also von daher sehr einfach zu machen. Und hier wird einfach die globale Zähne gezeigt. Und wenn Sie zum Beispiel globale Zähne überall sehen wollen, dann machen Sie einfach ein Häkchen drauf und dann können Sie einfach alle Bilder sehen, wie es einfach ist. Also wir lassen es erstmal so, wie es war. Und hier haben Sie einfach diese Mini-Koordinatensystem. Wenn Sie anzeigen wollen, dann lassen Sie diese Häkchen drauf oder wenn Sie nicht sehen wollen, dann machen Sie raus. Also diese Mini, ich zeige euch, was ich meine. Also diese Mini-Koordinatensystem, wenn es angezeigt wird, dann bedeutet, wir haben ein Häkchen hier gemacht. Wenn wir raus machen wollen, dann wird es einfach so. Also und Sie haben die Möglichkeit einfach auch hier einfach die Größe zu ändern und die Helligkeit einfach auch hier zu ändern. Und was ich nochmal erklären wollte, ist einfach diese Information, Objektinformation, das ist einfach diese Namen, die Sie hier sehen. Und wenn Sie das nicht mehr sehen wollen, dann sollten Sie einfach diese Häkchen raus machen und sofort verschwindet es einfach ganz weg. Und immer wieder, wenn Sie fertig sind, dann also Abfragen beim Beenden. Also wenn Sie zum Beispiel keine Abfragen haben, dann beendet Ihr Blender machen wollen, dann machen Sie einfach ein Häkchen raus, aber wir lassen es immer besser. Also und jetzt kommen wir einfach auf unsere zweite View Manipulation. Und zwar, ja wir haben zum Beispiel diese Zeigertiefe einfach angestellt, also Tiefe unter der Maus verwenden, wenn der Zeiger platziert wird. Also von daher wird es einfach angezeigt. Und diese automatische Tiefe hätten wir auch, ja, anschalten können, aber wir lassen es mal so. Es verbessert einfach die Zoom-Funktionalität und von daher lassen wir es mal so. Wenn wir im Projekt sind, dann kann ich euch einfach erklären, wie es einfach funktioniert. Und hier das nächste ist einfach zur Mausposition zu zoomen. Also um etwas zu vergrößern, also zu verkleinern, dann brauchen Sie einfach eine Position. Das spielt einfach diese Rolle. Und von daher, Sie können einfach, ja, anschalten oder ausschalten. Also um Auswahl zu drehen, wenn Sie zum Beispiel eine Auswahl drehen wollen, dann sollten Sie einfach ein Häkchen hier drauf machen. Und dann können Sie einfach eine Auswahl drehen, wie Sie einfach wollen. Und wenn Sie einen globalen Drehpunkt haben wollen, dann sollten Sie einfach auch hier machen. Aber wenn Sie nur einen festen Drehpunkt haben wollen, dann sollten Sie einfach raus, diese Häkchen raus machen und einfach ändern, wie Sie einfach wollen. Und hier haben wir auch gesagt, wir wollen die Elternkamera einfach sperren. Und hier automatische Perspektive. Sie können zum Beispiel sagen, ja, Sie wollen eine automatische Perspektive haben, aber momentan brauchen wir nicht. Wenn wir im Projekt sind, dann können wir die Sachen richtig anstellen, wie wir einfach haben wollen. Und hier können Sie zum Beispiel die Übergänge einfach so anstellen, wie Sie wollen und den Winkel auch anstellen, wie Sie wollen. Also und hier haben Sie auch die Möglichkeit, diese 2D-Viewsport einfach anzustellen und von daher alles ist einfach, ja, sehr, sehr einfach zu machen. Und von daher, ich werde euch nochmal genauer zeigen, also wenn Sie fertig sind mit allen Einstellungen, die Sie haben wollen, dann drücken Sie einfach auf Benutzer-Anstellung speichern und es wird einfach gespeichert. In dem nächsten Video zeige ich euch, wie Sie editieren können und auch mit der Angabe machen können. Und wir gehen einfach schrittweise und dann erkläre ich euch einfach.